Hallöchen Leute, Ladies and Gentlemen, ich bin Davy und ich tue euch ganz herzlich zu meinem 26. Part von The Evil Within im Scharaffenland zurückbegrüße nach dieser krankhaften, messerraubenden Schaukel oder drehen mich, tu nicht gut. Sehen wir jetzt keine Ahnung wo. Ich weiß es nicht, wo wir sind. Uh, eine Karte, Kartenfragment Nr. 18, wir sind wieder in der Reihenfolge, dann heißt es doch wohl, dass ich ein paar verloren habe in der Zwischenzeit, yeah, sehr optimal. So, trotzdem werde ich jetzt den Bolzen hier mal parat halten. So, ey, guckt mal, das ist auch, das Zeichen sieht ein bisschen, ja, mit ganz viel Fantasie wie das Umbrella Zeichen aus. Mit ganz viel Fantasie natürlich, mit ganz viel Fantasie. So, ihr Spasti, soll ich euch einmal abfuckern? Ach komm, ich hab unnötig jetzt meine Ding verschwendet, gell? Du bist tot und bleibst tot. What the fuck war's das? Was war das? Was war das bitte? Okay. Okay. Okay, die Tante bewegt sich da oben nicht mehr. Nee, ich scheiße auf die. Ich glaub, die werden mir jetzt nicht viel antun. So, einen Elektrobolzen. Dankeschön. Alter, wo... Alter, wie groß ist bitte dieses Anwesen? Und was ist hier unten am Start? So, ein paar Streichhölzer, das ist doch schon mal von Vorteil. Wieder. So, und da haben wir ein paar Munis. Hallo. Oh, der nächste Kontrollpunkt ist auch erreicht. Yeah. Ein bisschen Muni, sehr schön. Boom. Boom. Yes. Yes. Sehr schön. Gehandschmalz ist immer gut. Und eine Spritze, sehr schön. Haben wir auch wieder mal eine Spritze am Start. Alla gut, anscheinend können wir da den Hebel nicht betätigen. Das heißt, wir müssen... Wohl oder übel. Geht's hier? Ja, hier müssen wir weiter. Was geht hier? Oh, da ist ne... Ja. Das nannte man mal ne Falle. Nihah. Drei Minuten habe ich dafür gebraucht. Episch. Episch. Drei Minuten für diesen Fail. Sehr gut. Sehr cool. So. Das heißt, ich mache es ganz schnell da. Das heißt, ich muss rein, raus. So, da haben wir die Spritze. Genau. Und jetzt mache ich es mit der Ding. Ich schieße mal dahin. dass es schnell geht. Ha. Ich habe den Schlüssel. So, und das bleibt auch jetzt unten, denke ich mal, ja? Ja. Ich habe mich so beeilen müssen, alles gleich. So, dann nehmen wir jetzt wieder den Bolzen am Start. So, und jetzt machen wir mal das Lichtlein aus. Okay, hier geht ne Party ab, anscheinend. Mhm. Cool. Das sind ein paar Freaks am Start. Oha. 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 dafür habe ich jetzt zu lang gebraucht mit dieser hässlichen visage okay das heißt ich kann da nicht reinschleichen und hier ein bisschen gemütlich machen das kann man vergessen das muss schon ein bisschen schneller funktionieren das heißt ich darf jetzt noch mal hier das machen das werde ich auch gleich machen so rein sehr schön wunderbar jetzt sind auch patronen hier drin aber ordentliche geniale patronen da war jetzt kein gehirnschmalz mehr sondern es war eine epische schöne patronen schöne patronen für die shotgun sehr schön jetzt haben wir sieben stück ich tue die auch gleich rein machen so ok gut das war es eigentlich glaube ich soweit hier war ja gar nichts mehr das heißt ich gehe gleich mit der shot ich mache es ne ich mache den explosiv bolzen am start genau so jetzt holen wir euch euch wichser da ist eine der passt nicht auf sie passt nicht auf sie hat ein messer im kopf und sie ist tot einer ist jetzt feierabend sehr schön so erstmal den hier entschärfen sehr schön jetzt kümmere ich mich um euch wenn ich es schaffe ohne probleme dann fuck you alter fuck you oh gott meine goede da braucht mir auch in der pinken netzwerk da oben nicht dumm anzuklotzen na spaste Alter. Das ist ja kacke. So. Und jetzt ist wieder Gehirnschmalz drin. Das übliche W am Anfang. So. Okay, das heißt ich... Oh, wenn ich jetzt die Spritze bekommen habe, benutze ich sie gleich. Dann habe ich wieder volle Energie. Fuck you bitches, ey. Fuck you. Ohne Witz. So. Fuck you. Fuck you. Mh-hm. Jetzt haben wir es. So. So, das war es mit dir. Freak. Boom. Oh, da habe ich jetzt zu lang gebraucht. So, das war es mit dir. So, und jetzt darfst du auch brennen. Hässliche Baraken, ey. So. Okay, ich glaube, das war es hier soweit. Und jetzt, ohne Witz, ich habe dafür so unnötige Fails jetzt gebraucht. Ich könnte gerade selber kotzen. Klar. So. War es das mit dir? Nein, es war tatsächlich nicht mit dir. Ach, halt die Fresse, ey. Dann machen wir es halt so. So. Nein. Allerhut. Ich wollte es hier nicht anders da wissen. Okay. Bevor ich mich an das wage, wohl oder übel, den Erste-Hilfe-Kasten benutzen. Ein bisschen Halles erst mal haben. Ja, ist gut. Komm, Bub. Komm wieder zu dir. So, jetzt habe ich bestimmt Pech. Nein, habe ich nicht. Das hat funktioniert. So, dann haben wir jetzt soweit hier alles gemäuschelt. Kaputt gemacht. Vermutlich mal. Es gibt hier nichts mehr, oder? Ich gucke jetzt nochmal hier, ob irgendwas hier rumliegt. Ich brauche es jetzt selber so Lichtlein an. Ach. Hallo, mein Freund. Brennen. Ja. Hässliche Spaste, ey. Einfach so ein hässlicher Spasti, ey. Unmöglich. So. Okay, so. Dann gehen wir jetzt wieder hier entlang. Wo führt uns hier der Weg entlang? Aha. Ist alles so düster gerade hier. Komm, lass doch eine Spritze hier irgendwo rumliegen. Alter, das gefällt mir gerade überhaupt nicht. Wie es hier farblich abgestimmt ist. Also, das hätte ich jetzt auch zu kritisieren. Es ist zu extrem, weil es ist gerade schwer für mich was zu erkennen. Alter, was geht jetzt ab? Das hört sich nicht gut an. Oh, sorry, Leute. Ich drücke kurz Pause. Ich muss gerade einen Schluck nehmen. Sorry. So. Ein paar Munition. Der nächste Kontrollpunkt ist auch erreicht. Alles klärchen. Da ist eine Falle. Da war auch eine Maus. Ratatouille war auch am Start. Alles klärchen. So. Oh. Oh. Was ist da? Auch keine Falle. Ich habe gedacht, da wäre jetzt eine Falle. Aber da ist unser nächster Generator. Jetzt können wir wieder die Tür aufmachen. Oh. Das hört sich überhaupt nicht gut an. Alles klar. Yo. Ich glaube, jetzt geht die Party ab. Ja, da geht die Party ab. So. Wo bist du? Da bist du. Hallo, meine Frau. So. Damit ich euch beide abfacken tue, ohne Probleme zu haben. Ja, sie hat eine Spritze. Ach, halt die. So, halt die Klappe. Okay. Aha. Alter, was ist denn das für ein Vieh? Alter, was ist denn das für ein Vieh? Sag mal, jetzt nicht, dass ich mich mit dem anlegen muss. Alter Falter. Was geht hier ab, bitte? Okay. Oha. Okay, ich muss mich beeilen. Okay, ich muss mich schnell beeilen. Nein. Oha, Gott. Oha. Komm, komm wieder runter. Okay, ich gehe mal da rein. Oh, da ist das Ding. Okay, das muss ich von der Ecke da wegschießen. Alles klar. Alles klar. Komm, mach auf. Sehr schön. So, das Ding ist zu blöd, um uns zu folgern. Aber den Schlüssel nehme ich natürlich mit. Okay. Alter. So, durch. Oha, Leute. Oha, ey. Wer gedacht hat, das ist hier noch harmlos. Jetzt geht, glaube ich, hier die Party wirklich ab. Yo. Alles klar. Schön. Okay, das ist jetzt auch zu. Episch. Hoffentlich geht es jetzt zu, wenn ich da hinten hingehe, um mir die Flasche zu holen. Nein. Sehr gut. Dankeschön. Dankeschön. Alter, oha, ey. Okay, wir sind jetzt eh oben. So, ein Explosivbolzen. Da haben wir noch ein paar Munis. Ei, 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 ei. Jetzt geht es aber hier ab, glaube ich. Oha, aber jetzt haben wir genug Gehirnschmerz und wir haben zwei Schlüssel. Das ist episch. Zwei Schlüssel zu finden ist schon mal sehr, sehr gut, Leute. So, wo geht es hier ab? Wo sind wir jetzt hier? Ich würde gerne runtergucken. Ja, das würde ich auch gerne wissen, Sebastian. Oh Gott, wenn ich die schon höre, sind die jetzt unter uns, oder was, die Freaks? Oh Gott. Oh, da ist noch ein Kartenfragment. Kartenfragment Nummer 19. Oha, und jetzt geht es da runter, oder was? Alles klar, schön. Bevor ich jetzt da runtergehe, werde ich auch hier mit dem Part beenden. Er ist etwas kürzer. Aber trotzdem, ich bedanke mich vielmals fürs Zuschauen bei The Able With The... im Scharaffenland. Euer Davy. Tschüssi. Koski. Koski. Koski.